Heute um 7 Uhr morgens gibt es Frühstück mit vielen Variationen der leckeren Hoppers, zubereitet von der Gattin von Zampat, dem Manager unserer Villa. Etwas später stattet uns Jill an einem Besuch ab. Er erzählt uns viel von seiner Freundin Naomi. Zu gern würde er sie heiraten, aber das darf er laut ihrem Vater erst, wenn er ein Haus gebaut hat. Danach machen wir uns auf den Weg zum Selothalama-Tempel. Dieser Tempel liegt nicht weit entfernt von der Villananda, mit dem Motorroller so circa um die 12 Minuten. Der Tempel ist nicht besonders groß, es verirren sich eigentlich keine Touristen hierher. Zumindest haben wir niemanden angetroffen. Leider auch keine Einheimischen, die uns etwas über die Tempelanlage erzählen hätten können. Daher schauen wir uns einfach die Bilder an. Sambuddhathiloh Gurubbudduppiya Vandini nemiisadhu. Rannalaltal-tahle-yay-ved-hind-de-na-u-tema-dhathu Baukandin-pirun-nit-yug-bal-mahim-ein-pahadu Pinn-pura-n-n-et-i-apipi-vand-i-na-t-ma-hase-girindu Hieru, Schraddhabi-Vanthana. 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 Wie es scheint, dürfte auch ein Hund den Tempel besucht haben, der vorher scheinbar in einen Farbtopf getreten ist. Schraddhabi-Vanthana. Hieru, Schraddhabi-Vanthana. Unser Besuch hier dauert nicht allzu lange und schon verlassen wir den Tempel wieder. Schraddhabi-Vanthana. Schraddhabi-Vanthana.